Moin Meppen, Moin 90er Show, schöne Grüße von Bombe. Der ein oder andere kennt mich vielleicht, die anderen vielleicht auch nicht, ist auch egal. Ich bin jedenfalls hier, weil ich bei der Live-Übertragung nicht dabei sein kann und ich bin schön emsländisch boßeln, aber trotzdem hat der liebe Carsten vom Jam mich gefragt, ob ich nicht noch was zu meinen schönen Meppener 90er-Momenten sagen kann. Ja, und da muss ich mal eben überlegen. Also, die 90er, da war ja relativ viel los. Kaum hatten wir die Weltmeisterschaft in Italien geholt, kam zack die deutsche Einheit und nochmal zack neue Postleitzahlen. Natürlich bedenkliche Klamotten und Modetrends, ganz schlechte Frisuren, schlimmer Eurodance, Techno kam glaube ich auch auf in den 90ern so richtig. Und bezahlt wurde natürlich noch in Deutschmark. Die 90er speziell in Meppen, ich glaube, da hat vor allen Dingen so eine große Imbisskette mit einem großen gelben M aufgemacht, wo man mindestens einmal angezwitschert mit dem Fahrrad durch den McDrive fahren musste. Dann gab es noch in Meppen eine 24-Stunden-Tanke vorne und da gab es auch noch 10er-Träger. Generell konnte man für 15 bis 20 Mark auf Partys frei saufen. Wo heute die Mepp steht, konnte man natürlich noch Döner oder Peter bei Bonnet holen. Es gab noch Läden wie zum Beispiel die Tröte und natürlich auch das Jolly Roger. Und man munkelt, damals wurden in Meppen ziemlich viele Gläser geklaut. Ich kann mir das gar nicht erklären. Dann natürlich ganz wichtig, Abi-Fäden im Rockpalast. Und den Rockpalast gibt es ja heute noch. Der riecht heute noch genauso. Der sieht fast auch noch genauso aus wie damals und ist genauso unverwüstlich. Und schönen Gruß an George. Das war damals schon toll und ist es heute auch noch. Ich denke, zig Sachen habe ich auch noch irgendwie vergessen. Aber was wichtig für mich war in den 90ern in Meppen war Musik. Musik, Musik, Musik. Meistens kam man damals über große Brüder mit meistens Metal und Punk in Verbindung. Dann gab es überspielte Tapes, also Musikkassetten und Vinyl. Und an so Sachen wie Streamingdienste oder MP3 war damals noch gar nicht zu denken. Weil auch alleine Internet und Social Media gar nicht so den Stellenwert im Leben der Menschen einnahmen. So was Musik betraf, hat man sich so als Kleinstadtkind dann damals halt auch mit Platten und so weiter eingedeckt über Mail Order. Weil das Angebot bei Elektro Augustin oder Marktkauf war dann doch eher begrenzt ab einem gewissen Zeitpunkt. Und dann mussten halt Mail Order herhalten. Bei mir war das hauptsächlich Malibu oder es gab da auch so einen etwas kleineren Laden in Lingen mit drei Buchstaben, die heute relativ groß geworden sind und bei denen man damals auch schon seinen Metal-Krams bestellt hat. So schnell wollte man dann meistens auch eine eigene Band haben. Ich muss zu meiner Schande allerdings sagen, dass ich wahrscheinlich einer der schlechtesten Gitarristen der Nordhalbkugel bin. Irgendwie hat da auch schon jeder eine Band. Davon gab es nämlich damals auch nicht wenige. Als da zum Beispiel wären Vomitory, Picks in Space, Caution Screams, die Backwood Creatures oder auch die Favorites. Die Favorites treten übrigens bald wieder auf. 22.04. in Meppen, Pop-Bang-Pizza-Party. Alle kommen. Ja, aber eine eigene Band war dann halt nicht da und in Ermangelung von eigenen Bands blieb dann halt die Möglichkeit, sich an Bands anzuhängen und auf Konzerte zu gehen. Und die gab es damals natürlich auch. Und wenn es da coole Momente gab, ich habe mir ein paar notiert. Da gab es zum Beispiel Konzerte im Kirmeszelt am Freitag zum Beispiel mit Picks in Space und Apricotone. Dann gab es mal im Kolpinghaus ein Rock gegen rechts mit Bombendrohungen und der ganze Saal wurde geräumt. Dann gab es das große Festival im Stadion mit Fury in the Slaughterhouse und Toto, die uns aber gar nicht so interessiert haben, denn das haben auch The Bates gespielt, die dann von der Bühne noch Whisky verteilt haben. Und da habe ich aber natürlich nicht getrunken, war verboten. Im Rockpalast gab es natürlich auch massig Konzerte. Da ist mir insbesondere ein Konzert mit einer Koblenzer-Band in Erinnerung geblieben, die Shocking Freaks. Also die sind ein bisschen weitere Strecke gefahren mit dem Resultat, dass sie auf der Fahrt ein bisschen viel getrunken hatten im Zug und der Schlagzeuger direkt beim ersten Song vom Hocker gefallen ist und sich der Auftritt damit also erledigt hatte. Das Jolly Roger war schon erwähnt. Da gab es auch Konzerte. Das bemerkenswerteste war, wo das Wieso oder Wizo da mal gespielt haben und dann danach auch fünf Jahre alle Kleinstadt-Punks hier mit Wizo-Merch ausgestattet waren. War auf jeden Fall ein sehr cooles Konzert und auch irgendwie sehr wichtig. Dann gab es noch die Niedersachsen-Tage, wo zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, die Guano-Apes irgendwie in der Innenstadt Open Air aufgetreten sind. Übrigens auch so eine Sache, neben schlimmen Euro-Dance hatte man in den 90ern natürlich auch ganz schlimmen New Metal. Da gehörten Guano-Apes wahrscheinlich auch zu, war aber trotzdem ganz witzig. Und persönlich für mich waren so ganz witzig oder ganz wichtig waren Konzerte in Lingen im alten Schlachthof. Da kamen nämlich damals zu der Zeit, kamen da viele, viele, viele gute Punk-Rock-Bands durch. Unter anderem, wer war zum Beispiel da? Die Jet-Bumpers, die Sloppy Seconds, die Sonic-Dolls etc. Die Backwood-Creatures haben da irgendwie Anschluss gefunden an die ganze Blase da in Solingen und Köln und sind dann halt auch ein bisschen größer rumgekommen. Und das waren definitiv coole Zeiten. Gut, gefragt waren ja auch noch irgendwie so gewisse 90er-Momente oder Anekdoten. So meine größte Anekdote in Sachen Musik und Konzerte war wohl irgendwie, dass in Meppen mal ein Mittelaltermarkt war. Und dort haben in Extremo gespielt, damals noch äußerst unbekannt. Aber die haben nachmittags halt mit Dudelsäcken und so weiter sind die da rumgelaufen und so weiter und so fort. Und gut, wir waren dann im zarten jugendlichen Alter, sind wir dann nachmittags mal irgendwann wieder zum Imbiss mit dem großen M entspunden. Und dann standen da plötzlich drei von diesen Typen angetan in ihren seltsamen Mönchskutten und so weiter. Und wir dachten noch so, oh Gott, was für eine Keminate sind die denn entstiegen, komische Vögel und so weiter. Und dann fingen die plötzlich an, uns anzuquatschen. So, ey, was seid ihr denn? Was seid ihr denn für kleine Pisskinder? Und ja, waren auf jeden Fall enorm unfreundlich. Und der eine zauberte aus einer Kutte dann auch noch was absolut Ungewöhnliches für damalige Tage hervor, nämlich ein Handy. Und dann ging es weiter, ey, ihr Blagen, kennt ihr mal die Nummer vom nächsten Puff und so weiter, ich würde anrufen. Und insgesamt also richtige, richtige Kernassis. Und ja, gut, dann waren wir auch irgendwie nicht so ganz angetan von denen und das merkten die auch. Und wir haben dann den Laden verlassen und plötzlich wurden die ganz freundlich. Und ey, wir spielen abends noch ein Rockkonzert auf dem Markt mit unserer Band. Wir sind in Extremo und habt ihr nicht Lust vorbeizukommen? Das wird bestimmt toll. Und wir haben dann halt nur gedacht, nö. Also, richtige Assis ist mal wieder so die Tatsache, triff nie Rockstars sind in den meisten Fällen Assis. Und ich meine, naja, gut, erfolgreich sind sie ja geworden. Ich weiß nicht, ob das am Grad der Assigkeit lag, aber waren auf jeden Fall ziemliche Deppen. Kann ich nochmal so festhalten. Das so als 90er-Konzertanekdote-Mappen. Ja, damit hatten wir dann sozusagen ein In Extremo-Konzert ausgelassen. Allerdings war jetzt nicht so schlimm. Denn Konzerte gab es auch damals schon. Ich will nicht sagen reichlich, auch nicht so oft wie heute. Aber es war ein Konzertangebot da. Und man ist da auch dankbar hingegangen. Es war halt auch kein Überangebot. Man freute sich auf jedes Konzert, muss ich ehrlich sagen. Die Werbung da drumherum war natürlich auch eine andere. Es gab kein Internet, kein Social Media, über das das groß beworben wurde oder was groß eine Rolle spielte. Man erfuhr die Sachen halt wirklich über Flyer und über Plakate. Und da kam ich dann natürlich auch ins Spiel. Also besser als Gitarre spielen konnte ich schon immer zeichnen. Und deswegen ergaben sich dann halt so ein paar Sachen, weil ich immer mit den Backwood Creatures unterwegs war. Dass ich da halt viele Flyer gezeichnet habe und so weiter. Viele Plakate. Irgendwann boten sich halt auch Plattencover an. Das wurde dann immer mehr und mehr und mehr. Und dann habe ich halt so meine ersten Plattencover gemacht. Das hier war eins von den Backwood Creatures zum Beispiel vor der Rückseite. In den Sternen meldeten sich auch Bands von auswärts. Da entstand dann immer mehr. Und so wurde das auch bei mir immer mehr und mehr und mehr. Und diese ganze Reise fing halt auch in den 90ern an. Das Ende vom Lied ist dann, dass ich vor gar nicht allzu langer Zeit die Wände im Jam gestalten durfte. Ja, solche Aufträge kommen jetzt halt öfter rein. Und das ist eine tolle Sache. Und auf den Wänden vom Jam, da findet man übrigens auch noch eine ganze Menge Namen von alten Meppener Bands. Das lohnt sich vielleicht mal anzugucken. Da habe ich mir ganz viel Mühe gegeben. In den 90ern fing es auf jeden Fall auch an, dass man Bock hatte, selber Sachen zu machen. So das Selbstorganisieren von Konzerten fing dann zwar erst ein bisschen später an. Trotzdem so dieser Bock, was selbst zu machen, das fing definitiv in den 90ern an. Und da war dann nachher das alte Jugendzentrum eine ganz große und wichtige Anlaufstation für uns. Und jetzt das Jam an der neuen Stelle natürlich noch mehr mit der Infrastruktur da und den Mitarbeitern und den Kleinstadtkindern rumrum. Das ist schon eine coole, coole Sache. Die große Frage ist jetzt natürlich, war früher alles besser? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Vielleicht kriegt ihr das in der Sendung ja geklärt, ob die 90er jetzt wirklich besser waren. Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall eine tolle und intensive Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Und die auch irgendwie immer noch präsent sind und irgendwie so den Startschuss für einiges gelegt haben. Die Zeiten haben sich ja auf jeden Fall geändert. Im Fokus vieler Menschen steht halt viel Internet, Social Media im Moment. Auf Konzerten werden keine Fäuste mehr gereckt, sondern hauptsächlich noch Smartphones in die Luft gehalten. Gefühlt gibt es für mich in Meppen und Umgebung auch weniger Bands. Zumindest weniger Bands, die eigene Sachen machen. Andererseits gibt es heute auch Angebote und Möglichkeiten, von denen wir damals gar nicht zu träumen gewagt haben. Zum Beispiel diese Konzertinfrastruktur rund um Jam oder dass Kleinstadtkinder da für die Kids in der Stadt ein eigenes Festival von der Dimension des Kleinstadtfestivals organisieren, wo überregionale coole Bands durchkommen und fast 3000 Leute da Party machen. Das ist wunderbar. Ich persönlich wäre definitiv heute nicht da, wo ich bin, wenn es nicht die 90er gegeben hätte. Da haben sich viele Weichen gestellt, wie schon gesagt und viel gemacht, viel gesehen. Und halt viele Dinge, die ich auch heute noch liebe, damals angefangen. Und deswegen kann ich nur sagen, danke 90er!